Yo Leute, was geht ab? Seck nach Sonnenstart. Heute nicht Olli Mike, heute nur Olli, aber Olli holt Mike. Wir machen ein Schwimmbad. Los geht's. Hier war früher das Schwimmbad. Was noch umgebaut wurde zur Sporthalle. Hier oben seht ihr den Basketballkorb. Da wurde hier unten auf dem Boden der Turmelbronn drüber gebaut, der mit der Zeit abgebrannt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier oben ist er noch mal oberhalb. Da ist er noch in diesem Raum. Hier oben. Efter Oma Henrik. Olli? Da ist ein Kieber. Olli? 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 Das war's. hier kommen noch weiter leute ich glaube das zieht auch aus wie der haupteingang ja heute hier war der haupteingang ja 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 und ja 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 Oh, das ist ja schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020